So, wir kommen zu den Symbolen. So, die haben alle nur Trades, die wir nicht gebrauchen. Wir haben nur so wenig Gras hier. Hm, die Trades brauchen wir auch alle nicht. So, Erde wäre ganz gut und kein Feuer. Attack und Defense Charge, das können wir übernehmen. Trade Infinity macht was? Nein. Ich gucke nur die ganzen Sachen durch, wo wir noch Trades kriegen, die wir brauchen können. Max TP Increase. Weiß ich noch nicht. Okay, wir bleiben also erstmal bei Attack und Defense Charge. Oh, das ist die DLC Baumwolle, ne? Ah ja. Egal. So, und jetzt gucken wir erstmal hier. Ach, da haben wir dieselben Sachen. Ich glaube, dieses Max TP Increase brauchen wir nicht. Weil wir ohnehin nicht genügend Trades finden. Ach doch, guck mal. Attack Boost. Dann machen wir das nochmal so. Habe ich es jetzt überblättert? Ja, ne? Da, ganz, das Erste war es. So. Ähm. Ne, Qualität will ich nicht. State Infinity brauche ich auch nicht. Attack Charge. Nochmal 3 für den Angriff dazu. Aber das hat Wasser. Achso, ne. Das hat nur eine Erde. Alter, das ist das Problem. Ich muss also hier bleiben bei den Erde-Geschichten. Dann machen wir das so rum. Und das werden wir gleich mal mit dem anderen Symbol vergleichen, was wir so geschenkt bekommen haben am Anfang des Spiels. Oh nein, wir haben nicht genügend Punkte. Achso, Max TP in Kreese brauche ich ja gar nicht übernehmen. Das ist ja okay so. Mal gucken. Okay, das ist Angriff und Verteidigung plus 3 und das ist nochmal Angriff plus 5. Oh nein, das ist ja so. Oh, ein Schuss. Okay, damit können wir jetzt schon mal 5 weitere Trade-Punkte übernehmen. Und sonst? Okay, ich habe das jetzt irgendwie hergestellt, aber ich habe keine Ahnung, was man damit überhaupt anfangen soll. Hey, Lulua, das ist aber ein schönes, ein schöner Gegenstand, den du da hast. Hallo, Aurel, weißt du, was das ist? Warte mal, willst du mir damit sagen, dass du es nicht weißt? Ach, Jemini. Ja, dann kläre ich dich mal auf. Genau, Mansplanes ihr mal. Symbole. Achso, es ging jetzt, weil egal welches Symbol wir craften, jetzt werden uns die Symbole erklärt. Das finde ich sehr gut. Rüste Symbole aus, um den Status zu verbessern. Ja, aber wo ist jetzt nochmal der Unterschied zwischen Symbol und ein normales Accessoire? Den Status verbessern wir ja auch mit Accessoires. Ja, wie ich die ausrüste, weiß ich. Ja, wir sollen Symbole benutzen, um Kampfvorteile zu bekommen. Ja, und das wäre es dann eigentlich auch. Behalte es einfach an dir und du bekommst dann die Belohnung davon in den Kämpfen. Okay, letztendlich kennt sich Aurel mit Symbolen ungefähr so gut aus wie mit Regenschirm. Ja, spann den auf und dann wirst du halt nicht nass. Sie können sogar nicht nur im Kampf helfen, sondern auch bei der Erkundung. Es gibt absolut keinen Grund, kein Symbol auszurüsten. Wow, jetzt verstehe ich. Vielen Dank, Aurel. Dafür musst du mir noch nicht danken, du Dummerchen, wollte er wohl gerade noch sagen. Wir wollen jetzt mal vergleichen, was die unterschiedlichen Symbole haben. Was haben wir denn hier ausgerüstet? Hier haben wir... Hat hier mal diesen Blumenkranz vielleicht? Nee. 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 Gut, dann nehmen wir mal ein Lulua-Beispiel. Lassen wir den erstmal weg. So, das ist die Standard-Lulua und dann haben wir einmal das Symbol, was wir geschenkt bekommen haben am Anfang des Spiels. Das bringt insgesamt zwei, drei, nehmen wir Quality mal mit, vier Attributswerte. Und das hier bringt elf Attributswerte dazu. Außerdem haben wir hier C4 Dance S und hier L. Was macht denn der Wirbelwind-Tanz? Wenn wir angreifen, haben wir 50%ige Chance, Magie-Schaden einzurichten. Und die Kraft von Magic Tools wird um 7% erhöht. Jetzt muss ich nochmal wissen, sind Bomben theoretisch Magic Tools? Nein, ne? Achso, warte. Doch, wir müssen das anders gucken. Hier, Table of Contents. Nein, da steht es auch nicht. Eine Bombe. Jeder Gegenstand gehört zu einem, zu einer Kategorie oder zu mehreren. Wo kann man das sehen? Items. Ich will erst mal hier gucken, ob ich das hier übersehen könnte, beim Playing Grass. Genau, das wäre Pflanzen. Wenn wir das hier mal, das wäre halt Schießpulver und Erz. Also hier würden wir es sehen. Gucken wir mal bei den Synthese-Sachen. Da sind keine Bomben dabei. Da müssen wir Usables nehmen. Ja, genau. Bombe. Ist Bombe und kein Magic Tool. Das ist Magic Tool. Haha. Barrel ist wieder eine Bombe. Gloob, also unser schlechtestes Angriff-Item ist zufällig auch Magic Tool. Das heißt, dieses Blumenteil bringt uns jetzt erst mal nichts. Klar, es bringt die Chance, 50% magische Schaden zu machen. Also 50% magische Schaden zu machen. Aber das führt mich jetzt noch nirgends hin. Wir werden jetzt die anderen Sachen auch noch mal craften. Dafür brauchen wir erstmal eine Bombe. Und der Bombe sollten wir Traits vermitteln, die wir hier noch gebrauchen können. Wie zum Beispiel Max TP Increase. Was ist das? Die Qualität wird um 15% erhöht, wenn man dieses auswählt. Last Boost bringt mir nicht viel. Ja, komm. Weil wir es zweimal haben, werde ich es hier einmal nehmen. Und das hier auch. Oder? Warte mal, hier haben wir TP Optimization. Dass wir da jetzt gerade Ashes of Failure machen würden. Das wäre mir auch egal. Das können wir jetzt kleiner ausgleichen. Wobei ich gerade am überlegen bin, könnten wir das provozieren, dass wir hier Ashes of Failure machen. Dann würde ich es nämlich gerne einmal machen. Nehmen wir das hier mal kurz weg. Okay, müssen wir einen von denen nehmen. das kann ja sein, dass wir diesen Gegenstand tatsächlich mal brauchen. Also, das habe ich ja schon bei Atelier Corona mal gelernt, dass man einen kaputten Gegenstand auch durchaus mal sinnvoll einsetzen kann. so, da konnten wir nichts anderes als rot nehmen. Jetzt nehmen wir hier mal wieder blau. Wir haben hier kein blau. Es könnte knapp werden. hier haben wir aber, nein, es reicht nicht ganz. Schade, schade, schade. Ach, Mann. Wir könnten jetzt das nehmen und das nehmen, aber wir kommen nicht auf den untersten blauen Balken. Okay, also, Kommando zurück. Wir machen eine ganz normale Bombe. So. Ähm. Traits. So, Stats plus 5 und so, das wäre natürlich nicht schlecht. Also, plus 5 Prozent. Defense und Speed und Attack und Speed. Okay, um mich einordnen kann, muss ich hier auch die Traits mal eben kontrollieren. Okay, Okay, wir haben hier also die Möglichkeit Attack und Defense. Und dann nochmal Attack und Speed zu nehmen. Ich weiß nicht, ob sich das zu einem neuen Trade vereinigt. Hatten wir jetzt Attack und Speed schon mal? Ich weiß es nicht. Die Fans und Speed hatten wir noch nicht. Das weiß ich. Das können wir natürlich der Bombe nicht vermitteln. Ja, danke für den Hinweis nochmal. Zum Glück habe ich nachgeguckt. Das ist ja ausgegraut hier. Dann kann ich hier einfach nach der Qualität gehen und ist egal. Das ist ja gut. Nämlich ich weiß das nicht. Aber das ist ja nicht. Ich weiß es muss das sind nicht. Das ist erstmalig. Das ist kein Tuesday. So, aber wir können zumindest diese Trades hier übernehmen. Lulua, kannst du mir gerade mal hochwertigen Uni rüberreichen? Ja, komm sofort. Eht, Uni, Uni. Habe, woher und hier? Woher ist die Uni? Nanomeister, dieser hier ist besser. Es ist natürlich auch deprimierend, dass ich Lulua von einem künstlich erschaffenen Menschen noch mal erklären lassen muss, wie die Sachen so funktionieren. Danke, du hast das sofort gesehen? Fantastisch. Nein, überhaupt nicht. Ich habe einfach sehr viel Erfahrung, was das Begutachten von Gegenständen betrifft. Das ist so cool. Ich meine, ja, hier bitte, hier ist der hochwertige Uni, den du haben wolltest. Oh, danke schön. Übrigens, Lulua, weißt du überhaupt, wie man, oder was der Unterschied ist zwischen guten und schlechten Unis? Ähm, muss er eventuell unik sein? Also einzigartig? Immer diese Wortspiele. Okay, gib doch einfach zu, dass du es nicht weißt. Weißt. Äh, Jim Dragon, kannst du ihr das zeigen, bitte? Ja, natürlich. Die Qualität der Unis wird in der Härte ihrer Spitzen gemessen. Umso härter und schärfer die Spitzen sind, desto besser ist der Uni. Also musst du einfach immer nur auf die Spitzen achten. Äh, das ist ja so. Ich wusste nicht alles. Was, echt? Da hatte ich ja überhaupt keine Ahnung. Ja, wie von so vielen anderen Dingen auch nicht. Aber, äh, das ist ja auch nicht das Problem, weil es hat dir ja noch keiner beigebracht. Jetzt weißt du es halt. Ähm, Jim Dragon weiß wirklich unglaublich viel. Nein, überhaupt nicht. Ähm, ich mache hier nur meinen Job. Mir fällt im Hintergrund übrigens gerade was auf. Am Anfang der Folge haben wir dieses umgedrehte Kreuz im Waisenhaus gesehen. Hier sehen wir Knoblauchzehen, die an die Wand gehängt wurden. Was hat uns das Spiel noch zu bieten? Hey, was war das gerade für ein freches Grinsen, was ich da gesehen habe? Habe ich doch gesehen, oder? Nein, das musst du dir nur eingebildet haben. Achso, es ging gar nicht darum, dass er so jetzt, äh, diabolisch grinst oder so, sondern, dass er einfach Gefühle zeigt. Ah, nein, ich weiß ganz genau, was ich gesehen habe. Los, mach es nochmal. Lächel nochmal. Du bist fantastisch. Ein Genie. So cool. Der beste Alchemist, den man sich vorstellen kann. Wenn du mich lobst, funktioniert das nicht. Ach, warum denn nicht? Ach, bitte, 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 bitte. Mich anzubetteln funktioniert ebenfalls nicht. Ähm, ich glaube, seine harte Schale bekommt langsam einen Riss. Ich glaube, seitdem Tim Dragon Lulua kennengelernt hat, ist er ein wenig emotionaler geworden. Nicht, dass ich das schlecht finden würde. Nicht, dass ich das schlecht finden würde. Ich glaube, er ist das schlecht. Ich glaube, er ist ein wenig emotionaler geworden. M-Master, bitte, bitte, Hilfe, Hilfe. M-M-Master! Ich werde es für den Nanomaster um... Nanomaster um... Master! Ja, ja... Meister, jetzt hilf mir! sorgt dafür, dass Nanomaster damit aufhört. Okay, ja, jetzt müssen wir noch eben zumindest die eine Sache zu Ende craften, danach werden wir die Folge beenden. Das zieht sich ja doch ein bisschen mit, wenn man die Sachen gut machen will, gut Ding will Weiler haben heißt es ja auch, dann dauert es halt ein bisschen und das ist ein wichtiger Teil des Spiels. Leute, die das nicht mögen, wenn ich so lange am Kessel stehe, die können ja vorspulen oder das in doppelter Geschwindigkeit ablaufen lassen oder was auch immer. Aber ich für meinen Teil möchte halt Sachen, die ich crafte und auch vernünftig craften. So, wir haben jetzt hier unsere Bombe hergestellt. Jetzt müssen wir aber wirklich mal auf Trades gucken, die wir einsetzen können. Ich muss jetzt auch schon mal darauf achten, ich gehe noch einmal zurück. Das wäre das Fire Spirit Crystal Symbol. Da müssen wir mal kurz schauen, was würde uns das überhaupt bringen? Wer würde das ausrüsten? Verteidigung plus 10, also ist auf jeden Fall nichts für Aurel und auch nichts für Piana. Und wir machen damit den Feuerschaden und so weiter. Ja, also es wäre schon ganz gut, dass das denn für Rorona ist, falls es überhaupt später jemand ausrüstet. Gut, also haben wir Rorona im Blick, wenn wir das Ding herstellen. So, Bombe. Dann waren wir gerade bei den Trades. Skill Power plus 10 Prozent. Rorona setzt, äh, Rorona, äh, Lulua setzt öfter Skills ein, also das könnte sich lohnen. Und mehr gibt's da nicht. Okay, entweder, ähm, HP Charge. Was macht Adjust? Müssen wir hier sehen können, ne? Ähm, wenn ich den Adjust finde. Okay, das ist hier für nicht geeignet. Gut, machen wir mal testweise erst mal das. Ähm, achso, jetzt muss ich hier auch mal drauf achten, dass wir Erde dazu bekommen. Max TP Increase, ne, brauchen wir jetzt glaube ich nicht. Das haben wir schon. Hier haben wir auch mal wieder Skill Power plus 10 Prozent. Das haben wir irgendwie öfter. Gut, dann nehmen wir hier das andere, nehmen wir hier die HP Charge. Ist das ausgegraut? Ja, können wir damit nicht nehmen. Consumed MP minus 15 Prozent. Nehmen wir den. So, hier die Skill Power. Und hier... Attack und Speed Chart hätten wir hier noch anzubieten. Ja, warum nicht? So, jetzt auch wieder Gelb. Die haben wir selbst gesammelt. Das ist kein DLC Content hier. Weil wir in den National Mines waren, glaube ich. Jetzt wieder Attack und Speed Charge. Nehmen wir erst mal einen. So. So. So, wir brauchen noch so einen... Dreier wieder. Nehmen wir den. Ist egal. Das heißt, wir haben jetzt 1, 2, 3 Trades haben wir ja. Mehr geht ja nicht. So. 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 Das können wir Rurona schon mal... Das können wir Lulua schon mal ausrüsten. Das hat sie ja vorher quasi auch getragen. Nur dass sie jetzt aus Surging Flame S, Surging Flame L geworden ist. Und dass sie halt nochmal 6 Attributspunkte mehr bekommt. Weniger MP verbraucht und solche Sachen. Was macht denn Surging Flame L? 50% Fire Attribut Magic Damage und Critical Hit Power ist 7% höher. Okay. Also, zwischen S und L ist jetzt auch nur der Unterschied, dass Critical Hits nicht 3%, sondern 7% mehr Schaden machen. Naja. Gut. Dabei belassen wir es dann mal für diese Folge. Und nächste Folge geht es mit den anderen Symbolen erstmal weiter. Also, machts gut bis dann. Oder wir gehen erstmal in den Guiding Forest dann. Guiding Light Forest, damit wir die Queste erledigen. Und danach machen wir dann nochmal andere Symbole. Also, bis morgen dann. Tschüss.